Hallo bei TechStage! Ich zeige euch heute, wie ihr an euer Smartphone einen Beamer anbauen könnt. Und das Einzige, was ihr dafür braucht, ist das InstaShare Mod von Motorola. Wir haben uns kürzlich das Moto Z angeschaut von Motorola, das Top-Klasse-Smartphone. Und das hat ja auf der Rückseite diesen Konnektor für die Moto Mods. Diese Moto Mods sind eben solche Dinger wie das hier. Das ist der InstaShare Projektor. Es gibt auch Kamera, Lautsprecher, Zusatzakku und so weiter. Und um die beiden miteinander zu verbinden, muss ich sie nur aufeinander legen. Und magnetisch hält es sofort und über diese Kupferkontakte auf der Rückseite wird der elektrische Kontakt hergestellt. Also kein großer Aufwand. Es geht wirklich sofort. Man kann sie auch sofort tauschen. Und es geht on the fly. Ich muss einfach nur andocken und es läuft. Dann habe ich jetzt hier diesen Beamer. In Kombination ist das Moto Z mit dem Beamer ja dann doch schon eher dick. Allein der Projektor ist nämlich mit einer Bauhöhe von 11 Millimetern schon fast doppelt so dick wie das ganze Smartphone. Und dementsprechend haben wir dann hier knapp 2 Zentimeter Bauhöhe. Dafür, dass ich jetzt aber hier eine vollwertige Präsentationsmaschine habe oder ein Mini-Heimkino für unterwegs, ist das eine ganz feine Sache. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, irgendwas anzuschalten. Das eine davon ist der Ein-Aus-Taster. Den halte ich jetzt mal gedrückt. Und das, was sich jetzt gerade hier in der Kameralinse spiegelt, ist jetzt schon der Inhalt des Smartphone-Displays. Hier ist jetzt gerade der Best Cast 100 mit Kamal und Samir zu sehen und der erscheint jetzt auch hinten an der Wand. Und über das zweite Bedienelement, dieses Rad, würde ich jetzt hier die Schärfe einstellen. Angepasst natürlich an die Entfernung. So, weil ihr sowieso nichts davon seht, mache ich es jetzt einfach wieder aus. Die Projektionstechnik. Wir haben hier einen DLP-Projektor mit LED als Lichtquelle. Das bedeutet, letztlich gibt es Rot, Grün und Blau als LED-Lichtquelle. Das farbige Licht fällt auf einen Chip, der aus Spiegeln besteht. Und je nachdem, wie diese Spiegel gestellt sind, fällt der Pixel sichtbares Licht an die Wand oder eben auch nicht. Daraus lassen sich die Bilder und Farben zusammenmischen. Das macht dieser Projektor sehr schnell und mit vielen Pixeln. Zumindest für diese Größe. Denn die Auflösung des Beamers ist im Vergleich zur Auflösung des Smartphone-Displays relativ gering. Während wir hier ein QHD-Display mit 2560 Pixeln in der Höhe haben, schafft der Beamer gerade mal 480p, also 854 mal 480 Pixel in 16 zu 9. Und obwohl ich das Bild jetzt gerade hier in einer Breite von fast 6 Metern an der Wand gesehen habe, ist der Beamer mit 50 Lumen relativ lichtschwach. Liegt natürlich an der Größe und an der Bauform. Zum Vergleich, Heimkino-Beamer liegen meistens so bei um die 1000 bis 1200 Lumen. Und Office-Beamer liegen schon zwischen 2000 und 3000 Tageslichtprojektor noch weiter oben. Das bedeutet also, dass wenn ich hier ein Bild an die Wand werfen will, muss es entweder extrem dunkel in meinem Umfeld sein oder ich muss relativ nah an die Wand hingehen. Und damit wird das Bild eben entsprechend klein. Schauen wir uns kurz die Verarbeitung an. Der Beamer besteht komplett aus Kunststoff. Und aufgrund der Wärmeentwicklung der Lichtquelle gibt es hier einige Stellen, wo Luft rein und raus kommt. Und es gibt sogar einen Lüfter, den hört man, aber man hört ihn nicht laut. Es ist also nicht vergleichbar mit so einem großen Beamer und aus meiner Sicht nicht weiter störend. Das Einzige, was wir hier aus Metall haben, ist dieser Fuß, den man hochklappen kann. Damit kann ich also den Beamer auf den Tisch stellen und den Winkel einstellen, mit dem das Bild an die Wand projiziert wird. Fühlt sich trotz viel Kunststoff relativ gut an. Liegt auch daran, dass es relativ schwer ist. Das Einzige, was hier bei unserem Testgerät nicht so hundertprozentig ist, hier auf der Unterseite dieses Metallfußes, sind zwei Gummistreifen, die verhindern sollen, dass der Projektor rutscht und Kratzer verhindern sollen. Da hält allerdings zumindest bei uns der Kleber nicht sonderlich gut. Also diese Gummis werden in der Praxis wahrscheinlich relativ schnell weg sein. Dann kommen wir jetzt noch zur Akkulaufzeit des InstaShare Projektors. Ein Akku mit einer Kapazität von 1100 mAh ist in diesem Mod bereits mit eingebaut. Und dieser Akku reicht, um den Beamer ungefähr eine Stunde zu betreiben. Eine Stunde ist ja nicht lang, reicht noch nicht mal für einen Spielfilm. Stimmt, aber der Akku hier drin ist eigentlich nur zusätzlich zu diesem Akku. Sprich, die erste Stunde läuft der Beamer ohne den Smartphone-Akku zu belasten und ab dann funktioniert der Projektor weiter, zieht sich dann allerdings Energie aus dem Smartphone-Akku und beides in Kombination, wenn beide Akkus voll sind, hält, je nachdem, was ihr euch anguckt, zwischen drei und vier Stunden ungefähr. Und ihr könnt, während ihr den Beamer betreibt, über USB-C nachladen. Also dann beliebig lang gucken. Einzustellen gibt es eigentlich gar nicht viel. Es gibt ein Menü, mit dem könnt ihr die Beamer-Einstellungen öffnen. Das ist, wenn der Beamer angeschaltet ist und ihr den Ein-Aus-Taster kurz drückt, kommt ein Pop-Up-Fenster. Und da gibt es Einstellungen zur vertikalen Achsverzerrung. Das bedeutet also, wenn ihr den Beamer weiter nach oben richtet, wird das Bild verzerrt. Das könnt ihr per Software ausgleichen, reduziert allerdings die Qualität des Bildes. Und die andere Einstellung, die noch relativ wichtig ist, man kann, eigentlich zeigt der Beamer ja wirklich den Inhalt des Smartphones. Das Einzige, was ihr ausnehmen könnt, sind Benachrichtigungen. Also sprich, wenn ihr jetzt im Büro irgendeine wichtige Business-Präsentation schickt und irgendein Freund schickt euch peinliche Fotos über Facebook, dann könnt ihr über diese Einstellung verhindern, dass das auch auf dem Beamer-Bild an der Wand landet. Kostenpunkt 349 Euro. Das ist viel Geld, zumal ja auch das Smartphone nicht gerade für 0 Euro zu haben ist. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass ihr damit halt einfach einen Beamer für unterwegs habt, für den Business-Einsatz in 350 Euro, wirklich nicht viel Geld. Und privat, naja, es ist teuer. Aber abends auf einer Skihütte einen Beamer dabei zu haben, um YouTube-Clips oder kurze Filme anzugucken, das ist unbezahlbar. Das ist ein Beamer-Bild anzugucken, das ist ein Beamer-Bild anzugucken,